hallo und willkommen zu minecraft danke für netflix dass du das video gesponsern friedolin bohne ja weil die spendieren das video für mich also ich hab mir mal einen nudeln koch da war so fliege drin so und dann sind alle grau hat die aber weggemacht und die nach tomaten geschmeckt obwohl die grau waren das war lustig da hat sich gelacht und dann hat er gelacht und dann gab es so ein bisschen streit und so aber ich war so auf frieden aus dass das dann auf frieden aus war das hat fast nach zitrone geschmeckt alles das war ein bisschen auseinandergefreckt ich weiß nicht aber das war einfach alles ein bisschen durcheinander das hat alles irgendwie nicht so und dann haben die das auch weggemacht schon alles aber dann wieder ganz grau der elch hat dann gegröbst wie ein huhn das war cool hab ich auch gelacht und dann ja danke netflix für die das sponsern dann haben die aber grau gesagt irgendwie und so das war ein bisschen komisch und das war dann das haben die dann auf